Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen aus unserem Studio Karlsruhe. Nun schon seit Monaten sind die westlichen Massenmedien dabei, Russland samt der Ostukraine als die Bösen zu Brandmarken und einen Kriegseintritt der NATO und des Westens geradezu heraufzubeschwören. Was die Massenmedien unter dem Deckmantel von öffentlich-rechtlichen Anstalten treiben, wird ansonsten Kriegspropaganda genannt. Gemäß dem von 168 Staaten ratifizierten internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, in der Schweiz auch UNO-Pakt II genannt, ist jede Kriegspropaganda völkerrechtlich verboten, wie zum Beispiel das Eintreten für nationalen, rassistischen oder religiösen Hass, welcher zur Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufstachelt. Nichtsdestotrotz geht die tägliche Aufdeckung der Kriegspropaganda durch die Massenmedien und deren Lügen weiter, wie folgendes Beispiel der weltweit größten internationalen Nachrichtenagentur Reuters mit Hauptsitz in London zeigt. Heute vor zwei Wochen, am 23. Juli 2014, veröffentlichte Reuters ein Interview mit Alexander Chodakowski, dem Kommandeur des Volkswehrbataillons Vostok der Südostukraine. Reuters schreibt, ich zitiere, Alexander Chodakowski gab zu, dass zum Zeitpunkt der Katastrophe des malaysischen Boeing-Abschusses die Freiheitskämpfer der Südostukraine das Bug-Luft-Abwehr-Raketensystem besaßen. Chodakowski hingegen widerlegt diese Information von Reuters mit den Worten, Das ist nun wieder eine erlogene Sensation. Es ist den Medienschaffenden nämlich klar geworden, dass weder Russland noch die freie Volkswehr irgendeinen Bezug zu dieser Tragödie haben kann. Deshalb musste jemand die Situation etwas sprengen. Zum Glück haben wir vor dem Interview eine Vorsorgemaßnahme getroffen. Wir machten nämlich eigene Videoaufnahmen unseres ganzen Gesprächs. Diese sind die Beweise dafür, dass es im Gespräch mit mir keine konkreten Informationen über das Bug-System bei der Freien Volkswehr gab. Wir können diese Beweise vorlegen und alle Zwecklügen widerlegen, die nach diesem Interview, in dem ich die Ereignisse kommentiert habe, fabriziert worden sind. Das ausführliche, ca. 6-minütige Interview mit Chodakowski können Sie in dem im Anschluss an diese Sendung eingeblendeten Link selbst ansehen. Wie für Kriegspropaganda üblich, teilte Reuters nach dem Einspruch Chodakowski mit, dass die Agentur weiterhin auf ihre Version bestehe. Meine Damen und Herren, wie lange noch dürfen die Dauerlügen unserer Nachrichtenagenturen und öffentlich-rechtlichen Massenmedien weitergehen, die ganz Europa in den Krieg treiben könnten? Helfen Sie mit, bei dieser Kriegspropaganda Einhalt zu gebieten, indem Sie unsere Sendung weiterempfehlen, denn die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Frieden und konsequent korrekte Gegenstimmen. Einen schönen Abend noch, bis morgen um dieselbe Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017